Ich glaube es ist denn das Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Time Äh nicht Battle Time, äh zu einer weiteren Folge Wage Mode Ich bin etwas durcheinander Sorry falls ihr im Hintergrund gerade so ein paar Sachen seht Boah, Warte Klar, ich werde es natürlich wieder so richtig eiskalt umge-rage Und wir spielen auf der Map Wir spielen auf der Map, ähm, Hijacket Auf der Call of Duty Map Hijacket Ja, genau Ja, ich renne jetzt hier Oh, heie Ach du Heiliger Heilige Mutter Maria und Heilige Mutter Gottes Wir werden hier richtig knallhart gekillt Ja, genau Das hätte ja auch voll funktioniert Ja, ich schlag mich halt Aber irgendwie leckt das auch hier gerade Das finde ich ja mal voll unfair Wie soll ich mich denn da wehren? Warte, das war knapp Ja, genau Das war so normal Ähm, wir werden hier eiskalt umgebracht Ich hoffe euch hat es gestern das Call of Duty Das Call of Duty Let's Play Ich bin übelst durcheinander Man merkt es glaube ich Ich hoffe euch hat das ähm World of Warcraft Let's Play gefallen Weil, wäre schön wenn es euch gefallen hat Äh, das möchte ich nämlich eigentlich gerne weitermachen Ja Jetzt hat es gerade gebackt Als ob das so geht, ey Das kann doch nicht sein Dann sind 3 Punkte Sonst wäre das goin Okay Danke Oh Warum hat er schneller wie ich Er War schneller Nein, ich mag mich nicht Oh Man ist schneller Ich will euch Och nööööööööööö war ich uncool verdammt er hat mich schon wieder umgeklatscht ich werde richtig knallhart umgeklatscht ja genau kämmt immer halt ihr seid so gemein ihr könnt einfach irgendwo stehen und denkt euch ihr hättet's drauf aber wenigstens habe ich mal einen scheren kill gemacht das wird mir eh nichts bringen ich werde wahrscheinlich eh gleich getötet wow 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 seid ihr schnell wort er mich etwa hier verkackt arschen ja wort mich doch richtig verkackt arschen ja ja ich schon er hat einen 3er killstreak ja nee killstreak sind wir denn hier wirklich bei cod ja cod minecraft ich weiß wir müssen jetzt hier eiskalt einfach durchlaufen mal schauen ob wir jetzt hier uhr ei karamba stirb doch schade what the fuck wo kann der jetzt her wo kann der jetzt her stirb 6 zu 19 habe ich nicht eine gute kd ich bin doch der beste spieler ever muss ich mir doch hier denken ernsthaft so gut hat ja noch nie jemand gespielt ja nee wir haben alles einen guten aim das kann doch nicht sein und ich bin voll der noob hier 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 ich bin joe ich geb keinen größeren noob hier ja und nehme ich mal wieder sehr krass selbst auf die schippe wobei es zum teil echt stimmt weil ich wirklich übelst krass scheiße bin aber ich bin einfach so dumm und probier es immer wieder ne stirb doch ich habe eh doch gekältet aber gar nicht knapp oh man ich hasse das ich hasse dieser klein ja nee is klar hätte ich auch gesagt und ich kann nicht mehr hochschwimmen und sterbe war ja auch voll normal dass man dort stört komm 3 4 wie aktiviere ich jetzt den killstreak kann ich jetzt den killstreak aktivieren ja danke jetzt jetzt werde ich mich rächen jetzt werden wir uns rächen dafür dass wir gerade getötet worden sind von so vielen leuten ok wohl doch nicht wer zuletzt lacht am besten und das bin ich und vor allem lacht am lautesten und ich mache mir natürlich selber wieder damage weil ich so schlau bin ich mache uns wir machen uns selber wieder damage weil ich so schlau bin also weil wir so schlau sind gerade sorry falls ich mal in meiner form spreche auch wenn ich eigentlich in unserer form sprechen möchte aber das passiert mir leider immer öfter aber so langsam kriege ich auch mal eine anständige kill und dead also eine kd anständige halbwegs schade 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 euch kaputt ja je ich bin dritte egal ich bin äh zweiter dritter vierter fünfter sechster ich glaube ich bin sechster oder ich bin siebter eins von beiden ich hoffe diese kleine runde ähm rage mode hat euch gefallen wenn sie euch gefallen hat dann hinterlasst mir doch einen daumen nach oben ich würde mich sehr drüber freuen und wenn ihr es noch nicht getan habt abonniert mich um noch mehr von mir zu sehen und wir sehen uns beim nächsten mal und haut raus ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn 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 bis denn